Hallo, der amerikanische Präsident Trump hat aktuell wieder eine übergebraten bekommen. Auch seine aktuellen Einreisebeschränkungen wurden nämlich gekippt. Der Täter war natürlich wieder ein Richter, diesmal einer von Hawaii. Solche Täter wünsche ich mir auch für Deutschland. Bundesverfassungsrichter, die nicht die Staatsgewalt hofieren, sondern die Menschen und ihre Rechte. Aber bis wir Bundesverfassungsrichter vom Charakter eines Richter Derrick Watson von Hawaii haben, das kann dauern. Vorher fällt uns wohl der Himmel auf den Kopf.